Dann würde ich noch bei Hummelt nachfahren, könnte Handball spielen. Ja, schützt sie, schützt sie, ja? Durchlaufen, durchlaufen! Torwart, Torwart! Ja, ja, Torwart, Torwart! Ja, ja, Torwart, Torwart! Hey! Wunderbar! Ja! Warte, du! Hey, bitte miteinander! Einer hier kurz noch! Der hat einen kurzen gewollt, nicht dich Mensch! Lass doch mal den Sammler wieder hin! Lass doch mal den Sammler vorne spielen! Aaaaaaah! Ich würde jetzt mal in 4.30 spielen, aber... Ja! 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 Oh! Ja! Oh! Tricks! Ja! Oh! Ja! Das war sehr gut! Du musst ja in den Talen fahren. Sonst läuft das... Oh man! Scheiße! Mann, das war doch nur ein Arschtritt! Das war doch ja auch nicht! Ja, wir müssen auch 1,5 Meter üben! Ja, Kuhstall, der hat schon gesehen. König aber runter, siehst du! König ist runter, oder? Der ist süd! Der Hoss! Wieder 1,1! Der hat doch heute wieder gefeiert! Der hat ja gar nicht oben geschossen!